Hallo, da bin ich wieder. Sie werden ungerecht behandelt und Sie möchten, dass die Person dieses Verhalten beendet. Möglichkeit Nummer 1. Könnten Sie bitte diese persönlichen Angriffe unterlassen? Ich verbitte mir diese Unterstellung. Jetzt vergreifen Sie sich aber wirklich im Ton. Und wie können Sie der Person antworten, die sie unterbricht? Zuerst höflich. Geben Sie mir bitte noch einige Sekunden. Einen Augenblick bitte. Darf ich das noch eben abschließen? Einen Moment Geduld bitte. Ich bin gleich fertig. Gleich. Bitte noch einen Moment. Und jetzt sehr bestimmt. Könnten Sie mich bitte ausbrechen lassen? Darf ich das bitte erst einmal zu Ende führen? Widersprechen. Zuerst sehr höflich. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspieche. Ihre Ansicht in allen Ehren. Aber tut mir leid. Aber da bin ich etwas anderer Meinung. Jetzt freundlich. Also normal. Da habe ich doch so meine Bedenken. Ich glaube, Sie haben da etwas übersehen. Ich sehe das etwas anders. Denn für mich stößt sich das etwas anders dar. Dem kann ich nicht zustimmen. Da bin ich etwas skeptisch. Mir erscheint das etwas fraglich. Massiv. Oder seriös. Oder seriös. Da bin ich aber ziemlich anderer Meinung. Das finde ich nun gar nicht. Denn Ihre Argumente überzeugen mich nicht. Weil, Entschuldigung, aber das sehe ich ganz anders. Das überzeugt mich nicht. Da muss ich Ihnen deutlich widersprechen. Ganz im Gegenteil. Und am Ende ein bisschen Barsch. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. So kann man das nun wirklich nicht sagen. Das meinen Sie doch hoffentlich nicht im Ernst. Das entbehrt nun jede Logik.